Tachelinchen! Hallo! Moin! Da sind wir wieder! Moine! Moin! Da haben wir ne Lobby mit der Nancy Wheeler, dem Ashley J. Williams, der Lea Carlson und der Mac Thomas, ey! Oh, ich muss manchmal bereit und bin hier ja nicht die sein. Sie sieht aber schon gut getroffen aus. Sie sieht schon aus wie in der ersten Serie. Finde ich auch. Ich finde auch Steve richtig gut getroffen. Ja. Also Charakterdesign können sie. Ich guck gerade Stranger Things mit meinem Papa. Ich hab ihn geistern können. Stranger Things ist auch eigentlich ganz cool. Ich mag den Stil so. Ja. So, 80er. Finde ich gut. Ich brauch auch mal wieder ne neue Serie, die man so länger gucken kann. Ja, ich guck gerade Community als Sitcom so nebenbei. Das ist auch geil. Community ist lustig. Ist halt so ne Sitcom. Ich mag halt keine Sitcoms so. Das ist halt das Problem. Ja, da sind nicht diese lächerlichen Lacher drin. Ja, aber ich mag generell keine Sitcoms. Okay. Friends? Ja, Friends ist halt, Friends hab ich halt auch nie geguckt, weil ich glaube, Friends ist gut. Aber wie gesagt, ist halt nicht das, was ich gerne so, ist halt, gucke. Also. Ja. Es ist so mein Frühstücksfernsehen, wenn ich... Ja, eben. Aber ich brauch kein Frühstücksfernsehen. Ich kann auch einfach nur frühstücken. Ne, ich hab das einfach so gerne in dem Teil laufen. Das ist was so leichtes. Da muss man sich... Ich schau mir mal Roblet's Place an zum Frühstücken. Nein, okay. Ist aber wirklich so. Und ich bin bei der Nancy. Guten Tag. Ach, wir haben schon wieder das Yamaya. 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 Yamaya anwesend, bitte. Oh, ich hatte grad voll den Freeze. Da Maoca. Ich bin bei Hugo. Hä, warum leuchtet der?ä? Ich bin pernil, warum leuchtet der?ä? Ich bin pernil. Warum leuchtet das?ä? Der Generator hat gerade aufgeleuchtet. Hä? Leuchtet ja wieder. Wie kann ich das sagen? Wir hängen hier gerade zu dritt am Generator. Wer ist das? Wer ist das? Diese Kinder an der... Wer ist das? Vielleicht haben wir jetzt endlich einen neuen Kinder! Nee. Oh mein Gott. Das ist das Schwein. Glaub ich. Oh nein, es ist der Tod! Hä? Hä? Woher kam der? Was? Äh, nicht der Tod. Scream meinst du? Ey. Scream. Ja. Der Schei. Ja, den hab ich nicht gehört, nicht gesehen, nicht. Ich hab gar nichts gelacht. Oder heißt der der Tod? Heißt der der Tod? Ich weiß es nicht. Das ist der von Scream. Das ist der von Scream. Hecke mal zu mir. Boah, ich hab den gar nicht gesehen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich find das ja Marokkanwesen ist eigentlich zu verstecken ganz gut. Ja. Aber das fand ich jetzt trotzdem ein bisschen... Boah. Boah. Boah, ich hab mich ein bisschen erschrocken, weil ich den nicht gesehen habe. Und da kommt er wieder zu... Ja, ich weiß. Ich hab... Boah. Er hat einfach auf den Zug gelaufen und hab ihn nicht gesehen, so. Fuck, ich glaub er ist halb am Campen. Ja. Er läuft halt so nah. Im gewissen Abstand durch die Gegend, ne? Er ist ganz nah bei mir. Gott. Ach, dann bist du hier vorne direkt. Scheiße. Soll ich weggehen oder soll ich versuchen? Hä, hier klopft's grad nicht mehr? Ja, weil er sich versteckt hat, glaub ich. Boah, was macht er da? Er macht wieder diese Funktion. Ja, er versteckt sich. Er versteckt sich. Keine Chance. Er kämpft hier halt. Sorry, aber ich werd erst mal vernachlässigen. YOLO! Scheiße. Ich seh's halt nicht ein. Wenn jemand so am Campen ist, dann ist es halt... Schade. Eigentlich könnte man natürlich auch Skander spielen. Oh, ich hab hier einen sehr blutverschmierten Kameraden. Ja, ich bin tot. Er hat sehr intensiv gerade in mein Ohr geatmet. Das hat mich sehr irritiert. Ah, ich bin gleich tot. Oh, die Nancy und der Tüse rennen zu dir. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Nein. Ich bin jetzt tot. Das ist ne Scheißrunde, Mann. Das nervt mich jetzt. Ja, ist in Ordnung. Wir spielen einfach gleich noch eine. Irgendwie dran. Vielleicht sterbe ich ja auch schnell. Das ist nur so ne Scheißrunde jetzt. Aber ist halt doof. Wenn jemand kämpft, dann hast du halt verkackt, wenn du als erstes gefangen bist. Das ist halt so. Da... Ja, das finde ich jetzt lieb. Das ist ne gute Runde. Ja, ist gut. Wir machen das wieder gut. Gerade auch einfach mal ne schlechte Runde. Ich kann ihn nicht sehen. Ich habe eigentlich so nen Perk, wo ich ihn dann sehen kann. Aber offensichtlich nicht. Ja, den Perk hab ich auch. Ja, aber... Okay, Nancy dreht sich einfach im Kreis. Hä? Was tut sie denn? Ich kann ja was für die Fixie üben. Hä? Nee, sie hat die Kamera dazu nicht so. Ja, aber ich übe die Fixie. Achso. Warte, ich beobachte dich jetzt auch. Ich geh wieder rüber. Du bist... Okay, Nancy dreht sich einfach jetzt rum. Oli war dazu. Ich geh in den Keller. Ja, so what the fuck, was tut sie denn? Ah, da... Ne, die Kiste... Oh, die war... Nancy hat sich schon was da gegrabt, glaube ich. Warte, ich gucke mal kurz. Hä? Was ist mit den Leuten los? Hä? Wieso denn? Nancy hat sich gerade einfach nur im Kreis gedreht und Oliver ist... Vielleicht cheat in Beobachtung. Gefährdet. Irgendwas passiert jetzt. Ich versteh halt auch nicht. Weil Scream noch nicht ganz begriffen. Ja, ist auch nicht. Weil wir... Der hatten wir ja auch nur kurz einmal, bevor wir aufgehört... Also ein paar Mal, bevor wir aufgehört haben. Aber... Jetzt kommen wieder alle... Wieso nähst ihr euch das denn nicht durch? Ja, weil das viel zu viel Text ist. Spielen möchte. Alle. Ich wär froh, wenn uns das alle sagen. Bedeutet's viel. Leute schauen uns das nicht an. Fände ich gut. Das ist richtig. Oh, siehst du jetzt immer... Kannst du jetzt mal gucken, ob der bei Yerb hängt oder nicht? Ja, er hängt bei Yerb. Ja, natürlich. Camper-Sau. Ey. Vielleicht die ganze Zeit durch die Gegend. Ich nehm jetzt noch ein paar Punkte vom... Ah, er geht aber hin. Er geht aber hin. Er geht aber hin. Er geht aber hin. Der Oliver. Ja? Oliver Pocher. Nee, 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 nee. Ich möchte neun Kinder sehen. Ich möchte den Mogorgon sehen. Oder den. Er rettet sie, er rettet sie. Oh. Oder den Todfinger. Oh. Oh. Nice. Oha, er ist voll gut. Ich bin begeistert. Ja, ja, ist ja auch so. Blue-Blu-Blu-Spränkel. That's pretty tiny. Ey, die können alle, die können alle das mit dem drehen. Ja, die sind bestimmt so ein Team. Wir können das nicht. Ja, aber ich kann kein Team akzeptieren, wo nicht Steve und Nancy sind. Das finde ich schwierig. Ach so. Ja. Boah, stell dir vor, du hast so Steve und Nancy und den Demogorgon. Ja. Oder am besten, so. Ja, aber dann am besten zwei Steves und zwei Nancys. Volle Power. Ah doch, ich kann ihn sehen. Ja, ich levinzelt da rum. Ja, das hängt halt die ganze Zeit bei der allen ab. Ja, aber der eine Dude kommt wieder, der rettet sie wieder. Der ist wieder dabei. Ja, dann guck ich mal schnell, dass ich hier noch irgendeinen Generator finde. Ja, Schnurr die Punkte. Ja, aber auch generell. Da ist sie dann halt da, da. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, er rettet sie. Was? Aber jetzt liegt er gleich. Ja, ne, jetzt liegt sie wieder und gleich liegt er auch wieder. Ja, ne. Oh mein Gott, wie stressig. Und bei dir ist so ein Lalalalala. Oh. Da. Lalalalala. Boom. Das habe ich jetzt auch raus in der Tür. Oh. Das ist so. Ich habe ihn gehört. Er ist direkt neben dir. Er steht hinterm Baum da. Direkt parallel zu dem Baum. Genau da. Am Baum. Ja, ich sehe ihn. Aber er ist bei mir, der Killer. Das ist richtig. Der atmet sehr laut. Ja. Alter, kann er aufhören zu stöhnen? Oh. Das ist ja nicht für mich! Das ist das Intensiv der Aktion. Ich habe ihn. Ich vergesse immer bei ihm, dass er ja schleichen kann. Mann, Mann! Ja, das... Ja, das... Ja, war so, hallo! Ah, ich bin ganz gut im Abhängen, glaube ich. Oh, John! Oh, hey, ich bin hängen geblieben! Eigentlich muss man mit dem Abhängen nur den Killern sehen können, irgendwie. Weiß man zwar nicht, wohin man läuft, aber an sich. Lass ein Totem. Lass mal das Totem machen. Ich bin halt ein bisschen laut gerade. Ja, oh! Er ist gerade bei ihm! Immer mal das Totem. Uiuiui! Bunkte sind Bunkte! Okay, er ist nicht mehr bei ihm. Ja. Oder? Es gibt kein Herzgeklopft, einfach. Er kommt zu dir. Wer? Der Netsch. Der hilft dir. Was für mich denn? Ja, gut, wenn ich jetzt ein Kameras brauche... Alter, Junge! Der ist wieder im Gebüsch, am Stöhnen! Aha! Sehr, sehr doppeldeutig. Nice! Nice! Oh! Oh! Hä? Oh! Aber es schützt halt nicht in einen. Nein! Und dieses Gemäuer ist sehr viel Stress. In die Ecke. Ich glaube, er ist nicht so gut hier den Generator zu machen. Oh, er ist ihn aber auch losgeworden. Geht halt locker wieder hier hin. Ja, er ist jetzt bei beiden. Ja, er ist hier hier. Oh, ich mach hier mal den Generator. Oh, ist das anstrengend. Wir brauchen noch zwei Stück. Als ob wir das schaffen. Hm. Oh! Ja, er sieht sich aber nicht. Oh nein! Oh! 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 Oh, das ist eigentlich ein Scheibenkleister. Oh! 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 Was ist denn das jetzt? Warum ist der Generator so gesperrt worden? Das weiß ich nicht. Da sind Sachen passiert. Äh, was tut er denn? Ich möchte mir sein Gesicht angucken. So. Oh. Ich möchte mir sein Gesicht angucken. Der eine Typ ist aber direkt da, ne? Oh! Ja. Aber wegen dem Generator wahrscheinlich. Boah! Das hängt zum ersten Mal! Krass! Der ist ein sehr hektischer, ein hektischer Gesell. Ja, das ist überhaupt gut so, weil der dadurch sehr schnell heuschen kann. Also der ist wirklich gut im Weglaufen. Nein, ich meine der Killer eigentlich. Achso, ne der Killer, ja der ist halt, ja. Nein, der Killer sieht einfach, also der Killer, es liegt an dem, der sieht halt hektisch aus, wenn er rumläuft. So, weißt du, was ich meine? Stimmt. Mit den schwabbelnden Fahnen. Ja, so ein bisschen. Wie du mal aus hast, denn der hat einen wichtigen Termin. Hat immer gleich so, oh mein Gott, schnell, Aktenkoffer, los geht's, ruf mich rein. Stimmt. Was ist denn der? Ah, er läuft wieder zu dir. Ja, der, den sehe ich da. Ich sehe ihn ja. Ja, und der andere unten. Oh, okay. Hä? Hä, okay. Da war so falsch. Das ist bestimmt, weil er den einen Typen irgendwo gesehen hat. Ja, hab ich auch das Gefühl. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich. Ich auch nicht. Er macht erstmal einen Totem. Ne, macht er so nicht. Ja, okay. Ja, Junge, kannst du bitte kommen oder lass es sein? Oder soll ich dir nur Zeit verschaffen? Ich glaub, er lassen. Ich glaub, er lassen. Wie ist das? Er sucht die Luke. Ja. Ja. Ich verschaff dir Zeit, Junge. Bruder, kein Problem. Ich hör dir den Rücken frei. Hey. Such die Luke. Boah, ist leider sehr duke gerade bei mich. Sie ist leider. Oder soll ich mich sterben lassen? Ist er bei der Luke? Ne, ne. Okay. Ich schau dem Jungen gleich zu. Es ist gerade sehr sehr dunkel bei mir. Ich glaub, es gibt uns wirklich eine Nachbearbeitung, die Helligkeit hochschrauben. Weil das geht, glaub ich, gar nicht. Schade. So, dann schau ich mal kurz. Bei ihm zu. Oh, er war bei mir. Bei mir. So. Jetzt schau ich mal zu, noch bei dem jungen Mann. Er hat schon ein sehr blutiges Oberteil, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, er sucht nicht die Luke. Er macht einfach den Okay. Okay. Sein Charakter sieht sehr intensiv aus. Boah, richtig. Boah. Hast du das auch voll. Er hat voll den Bröckeln auf dem Gesicht. Das sieht voll unheimlich. Hab ich den Kontrast ein bisschen zu heftig eingestellt oder ist das auch bei dir so? Der ist bei mir auch so. Der ist bei mir auch so. Die Bröckeln. Boah, ey. Richtig, oder? Boah. Boah, okay. Oh. Ja, okay. 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 Der hat's auf jeden Fall gerockt jetzt hier. Ah. Ich fand die Runde scheiße. Ja. Gut. Oh nein. Ja, wir machen jetzt nicht. Ja, das war. Aber ist halt so. Wir werden auch. Das ist halt so. Wir können ja noch eine machen. Eine Folge einfach. So. Ja. Und dann haben wir vielleicht noch einen nicht ganz so beschissenen Abschluss. So, oder? Ja, erstmal. Erstmal. Schnitt. 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 Tschüss Leute. Nett, dass ihr dabei wart. Oder auch nicht dabei wart. Ja. Wahrscheinlich eher nicht. Gut. Jo.